Also ich freue mich wahnsinnig, dass Herr Merlin Holland nach Frankfurt zurückgekehrt ist. Jetzt mit einem ganz neuen Stück, Deutschland Premiere. Ehrlich gesagt, die Previews sind super gelaufen, also deshalb bin ich ein bisschen entspannter. Und naja, ihr seht ja, das sieht klasse aus. Oskar kam aus der Prise. Er war Persona Non Grata in England, für viele, viele Jahre. Und die zwei Dinge, die seine Reputation auf dem Kontinent haben, waren die Bilder von Dorian Gray und Salome. Und es waren die Deutschen, an der Zeit, die die Geld haben, mit dem Geld zu kaufen, die ihn aus seiner Bankruptur, posthumlos, und die seine Reputation in England haben. So, in a sense, to honor Oskar, again, by having it back in Germany, is a wonderful thing.